Zeit, wenn ich starten kann. Ja, ja, starte. Alles gut. Jetzt, auf. Oh, Hase, oh Gott. Herzhaft. Ah, yo. Krugat. Ah. Sechs Schläge. Ich habe drei. Ja, aber ich hatte es immer wieder zurück, zu weit zurück befördert. Okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn du blöd ein Winkler hast oder so. Tor. Haft. Boogie. Ich musste mich leider noch mal zurücksetzen, weil ich wieder neben dem Tor lade. Ja, habe ich gesehen. Ich glaube, der ist auch. Hole in one. Ja, komm, komm. Dankeschön. Ja, nee. Ah. Du bist ziemlich gut im guten Winkel da reingerutscht. Ich bin halt quasi neben dem Tor gerutscht. Aber auch gut. Mir ist jetzt immer ein paar. Oh. Das ist nicht ohne. Ah, diese Scheiße. Ja, ich war das Verteidiger. Ja, Igel. Igel. Scheiße, war der mit drin gewesen von Hole in one. Wir verteidigen. Aha, okay. Hole in one. Hole in one. Das war jetzt eine Map, die sehr einfach war. Ich denke mal einfach, weil das andere nicht gegangen wäre mit diesem Hochspringen da auf die andere Plattform und so. Ja. Ah, ich hatte zu langsam. Oh. Das war ein bisschen zu furcht. Ich kriege den aber wieder raus. Nein, ne? Klasse. 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 Oh. Oh. Noch ein Line. Jetzt verkacke ich. Okay. 14 Schläge. Nee, siehste. Jetzt einfach nur. Ach. Bei meinem Glück geht der trotz über 14. Erwischt sogar den besseren. Nee, am Tor. Oh, schade. 6. Ja, ja. Ich hab' dann zweimal wieder runtergerutscht und sonst wär's auch 4 gewesen. Krötchen. Ein bisschen daran. Mist, ein bisschen zu weit. Nein! Fosne hole in one. Ich hab' Fosne getroffen. Oh, ein Pfosten, Mann. Nein! Ja, fuck you, ey. Ich bin so weit zurückgefallen worden. So gefallen. Boogie. Du musst ganz links an der Ding treffen. Ja. Du musst diese Flachstelle treffen an der Säule. Und zwar linke Seite. Genau. Da bin ich auch gelandet. Genau da am Pfosten. Dann hat der gehalten, ob ich hinten hinter das Ding drücke. Bei mir war sie gerade eben im Tor drin. Was war denn das? Bei mir hat er gehalten. Jetzt hat er auch wieder gehalten, offiziell. Schon komische Physik bei dem Modus, ja. Ja, was soll ich denn das hier? Ach, Krötchen. Okay, das war zu heftig. Ich hab' den Turbo nicht damit berechnet. Das war auch wieder zu weit. Jetzt muss ich reintasten. Das Ding ist durch den Sand davor, kannst du auch nicht sehr viel weniger machen. Ja, Pa! Schön. War der drin? Nee. Okay, aber das war die richtige Richtung. Schön. Pass. Jetzt, Boogie. Ja, sehr schön versenkt. Pass. All in one. Ja, wir verkackten es alle und sie sagt dann auch, ich mach da mal kurz ein Hold in one. Ach nein, ich war zu langsam. Oh Gott, was sagt denn jetzt gerade? Ja, du bist mitgekommen. Sehr schön. Burney! Yes! Aber der war nicht schlecht, Kev, gerade mit der Bande. Ja. 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 Brems, 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 ja, der ist nicht schlecht. Ah, der war gut, gut da hochgegangen. Jawohl, sehr schön versenkt. Ah, das mit dem Wasser wieder, okay. Ich komm nicht rein ins Wasser, nirb. Ah. Du hast komm schon. Ah. Nee, es hat, ich bin hängen geblieben. Das ist nix Neues. Äh, lol. Ich hänge unter dir Dings hier fest. Ah, okay. Jetzt habe ich mich ganz zurücksetzen lassen. Und so weit. Ah, jetzt ruiniere ich mir gerade das Loch hier. Ja, merke, der Markus ist hängen geblieben und ruiniere sich das Loch, ja. Ah, ah. Wir müssen jetzt so, auch gerade da oben. Bist du weiter weg vom Tor? Ja, dann ist es so ein Wicke mehr. Drin. Sechschläge. Double bogey. Das Gute ist, wenn du nachdem ich winkelt, du da stehst, kann ich auch nichts machen, ob er da komplett rüberkommt. Ach, ganz knapp oben an der Kante hängen, um den Scheißer. Jetzt. Nein. Oh, ins Wasser runtergefallen. Ach, Mann. Nein. Ah, jetzt ist das besser. Nee. Mist. Okay. Ich habe mal versucht, Werther. Oh Gott, ey, den versuche ich mir jetzt gerade richtig. Nein! Boah. Jetzt. Oh nein! Oh, doch, geht, 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 geht. Acht Schläge, na ja. Na, was? Der nimmt... Oh nein! Ich lieb wieder hinter dem Scheiß Tor. Sehen. Jetzt setze dich ab, jetzt setze dich ab. Psst. Jetzt. Jetzt hat es geklappt. Nein. Ich bin in dem Scheiß Ding hängen geblieben, in dem Rotations Ding, ne, bin ich auch. Da bin ich am ersten Versuch durch. Ach, sieh mit die andere Seite. Ja, nice. Ah, das ist das, okay. Oh, ich bin gleich drüber nach Hause. Ich bin komplett drüber. Ach, du auch gerade. Hey, ich bin mit, ich komme mit. Jetzt habe ich getroffen. Oh, ich bin wieder rausgefallen. Oh, da treffe ich schon mal den Mund in und dann fällt es wieder raus. Wie viel hast du genommen, wie viel Kraft? Kurz hinterhalb. Kurz hinterhalb, okay. Das war zu wenig. Das war ein Ticken zu wenig, tatsächlich. Darum bin ich draus gewesen. Ah, nein. Nimm einen Mörder, schätze ich mir zu. Oh. 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 Mann. Bei mir macht der direkt wieder zu. Ja, du musst genau dann starten, wenn der praktisch wieder aufmacht. Ja, mach ich doch. Aber der geht in dem Moment wieder hoch. Da lande ich hin. Ach, ist egal. Und so doll. Ja, genau. Du brauchst fünf Minuten besser auf. Da gehst du, sprichst du. Ah, ich mach schon wieder zu. Ja. Für zu schlägen. Jetzt. Ein Gefühl. 50.000 ist ein Schlag. Und am letzten. Nein, da wird es doch noch da liegen. Da wird es noch da liegen. Nein. Keine Zeit mehr übrig. Ja. Aber war ich schon vor dem Tor. Oh, ist doch schlimm. Ich war schon vor dem Tor. Ja, ich nicht. Ich war noch nicht mal vom Start weg. Ja, fahr wieder zum Start zurück, du scheiß Ding. Da machen wir halt doch gar mal das Ganze. Nein. Nein. Ach, Mann. Ach so, bist du ein Verteidiger? Ich dachte, wäre das ein Tor gewesen oder so. Tor schon gewesen. Doppelbogie. Der war geil. Ich bin glaube, die Kante rüber drauf rein. Du musst praktisch vom Rücken des Torhüters ins Tor gefallen, ne? Ne, ne, ne. Ich habe dir die Sprungschanze genommen hochgefallen. Ja. Und dann, ja. Doch, Mann. Und Baby macht wieder. Ich bin weg. Tschüss. Bis später. Ja, schon wieder am Tor. Jawoll. 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 Warte mal. Warte mal. Warte mal, wie sind wir da hin? Okay. Da kommst du noch. Ha! Wusste ich doch, dass das geht. Bei mir ist der eben an so einer Kante hängen geblieben. Weißt du, ist der in dieser Schläge hängen geblieben? Äh. Sieben Schläge, naja. Ja, das ist froh. Ich komme nicht mehr weiter. Ich bin schon bei sechs jetzt. Spring drüber. Nimm einfach das als Sprungschanze. Ach, als ob der da rüber geht. Siehste? Komisch. Bei mir ging es nicht. Siehste? Ja. Wirst du mir jetzt zu viel in Schwung gehabt. Neun Schläge hat. Aber wie schlimm, ey. Da spiel ich mir aber auch in den Schrott zusammen. Nein. Die Idee war ja gut. Aber der ist nicht rüber gegangen. Die Idee war ja gut. Aber der ist nicht rüber gegangen. Oh Mann. Bei mir springt der jedes mal an die Kante und wieder raus. Was ist das? Acht. Ich muss den Winkel sehr flach machen. Fast. Ein bisschen weiter. Oh, der war fast gut gewesen. Du hast nur da zwei Schläge hinbekommen. Ich hatte Glück, ich bin da von so einer Kante rübergeschubst worden. Ja, du hast auch noch einen scheiß Dusel dabei. Und schlecht. Ich bin so weit gekommen. Und ich bin so weit gekommen. Ich schaue dich mal wieder am Start zurück. Wie sollst du den Sprung da hoch schaffen? Ich verstehe das nicht. Ich habe den fast geschafft, aber ich bin runtergefallen von der Schräge. Und deswegen stehe ich wieder am Start zurück. Jetzt soll ich von hier spielen? Yeah, ich komme wieder. Oh, der war nicht schlecht, wirklich. Wo muss ich denn hin? Oh, zu doll. Hä? Wo soll ich denn da jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hä? Äh, runter. Du kannst von da unten weiterspielen. Wie, unten? Nicht hoch springen, sondern genau da. Ja, 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 ja. Genau, genau. Okay, ich dachte, ich habe die nicht. Hä? Wo muss ich denn da lang? Na, zwischen den Treppen ist das Tor. Oh Gott. Na, sieben Schläge. Baby, du musst hoch. Erstmal hoch. Auf die Platz von oben. Ja, du hast echt Glück gehabt. Na, du bist... Bisbaden. Hey, du springst irgendwie in Lande vorm Tor, weißt du? So, ich gehe mal ganz kurz mal wohin und dann bin ich sofort wieder da jetzt weiter. Naja.